hallo hier ist der martin von meine manke ist dass die dachsanalyse für nun montag den 23.01.2023 und unser dachs hat am freitag ein bisschen zu zeitig seine fallschirm gezogen die fahr ist noch nicht ganz gebannt aber der hat natürlich der grünen tageskerze im nacken jetzt naja so richtig schmeckt mir das nicht das gibt ihm nach oben zu viele möglichkeiten jetzt jedoch wieder glümpflich aus der sache davon zu kommen und betrachten wir ganz ganz nüchtern was wir gestern gesagt haben bzw nicht gestern sondern für den freitag dann war das so sinngemäß wenn der dax die 15.000 gehalten und verteidigt bekommt oben dann kann er über 15 75 15 100 noch mal schwung holen wenn er dort dann kräftig abverkauft wird ist auch locker noch eine weitere als es mit weiteren tiefs zu rechnen das war ausgang freitag wir haben gesagt wenn da aber zur schwäche tendiert und sich wieder deutlich hier unten drunter haut auch 39 stunde bietet da neue tiefs reis dann sind die nächsten ziele bei 8 30 und tiefer und so weiter zu finden das hat er ganz noch nicht gemacht wir haben keine tieferen tiefs bekommen und er hat sich auch wirklich stabil gehalten gut gehalten und das einfach nicht angespielt er hat einfach nicht nach unten anspielen wollen hat sich dann oben raus gedreht und dann hinten raus die 15 75 15 100 angespielt ich persönlich finde es schön dass er das da gemacht hat ich hätte mir gewünscht dass das am vormittag kommt und er hat von dort dann schon eine deutliche bewegung raus macht weil die tages kerze jetzt hier wenn wir sie so sehen ja im grunde genommen schon wieder nach einem politischen konta aussieht und auch wenn man jetzt vielleicht die us indizes oder andere sachen mit hinzu zählt und schaut wie die so aussehen dann sind dort teilweise die grünen kerzen noch viel 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 kräftiger was ist natürlich den montag oben raus nun auch leicht machen würde einfach wieder ans hoch zurück zu ziehen das natürlich für short positionen et cetera dann ein bisschen unglücklich weil von der bewegung er doch recht kurz war das heißt was muss unser dachs machen um wegzudrehen im grunde eigentlich direkt frontal montag direkt vom morgen an weg sich nach unten drucken dann könnt ihr sowas probieren zu spielen ich kann es mal kurz einmalen ja dass wir sagen wir haben jetzt hier einen drei welchen anstieg vom tief weg der wäre sogar hier vollkommen ausreichend oder wartet wir machen das so sagen okay von hier rein sagt hier wieder runter und hoch ja das das wäre eine möglichkeit für ein wehrerisches szenario man muss aber sagen als für negativ szenario man muss aber auch wirklich sagen dann muss am am das muss wirklich zehn uhr muss das klar sein dass der nicht oben raus bollert sondern dass er vielleicht kurz nach oben geschossen hat und wieder neue tiefs gerissen hat naja das heißt alles was was hier oberhalb von 15.100 rumturnt nach 11 uhr nach 12 uhr nach 13 uhr nach 14 uhr nach 15 16 17 18 19 20 21 wäre für mich alles eher dann ein grund zu sagen okay da kommen bestimmt noch mal neue hochs ja als nächstes würde er dann höchstwahrscheinlich in die 350 einlaufen 350 bis 375 das noch mal eine interessante zone auch um zu reagieren für mich ist das nach wie vor hier eine der schönsten zonen überhaupt um was größeres weg zu starten die 270 280 die wir bereits angerannt haben aber so wird es schwierig er muss halt dann jetzt an dem montag nach oben nach unten umkippen zur seite wäre auch okay aber er sollte jetzt nicht deutlich über 15 1 50 15 1 60 noch weiter ansteigen dass mit jedem höheren punkt erhöht er die wahrscheinlichkeit wieder ans hoch anzugehen und dann eben auch gleich bis zur 350 durchzulaufen ja und von daher kriegen wir ein schönes umkehrsignal gleich am morgen guten start oder aufwärtsgap was direkt abverkauft wird oder startet vielleicht sogar gleich per abwärtsgap rein bei 15 30 sowas wäre alles gut und eine route nach unten richtung 8 30 zu begünstigen und alles was aber nicht dem gleich kommt und eher oberhalb der 15.100 stattfindet würde ich dann schon ja perspektivisch hier oben rein sehen und darüber hört dann natürlich die welt nicht auf wenn er jetzt einen neuen trendschub kriegt sind dann weitere ziele möglich ja ich lege den jetzt hier einfach mal so mit rein dass man nicht denkt dass der chart da oben aufhört ja so wird es vielleicht rangehen ja mich wirklich an der 15 100 orientieren aber eben auch einen cut machen ein zeit cut machen dass ich sage okay mir ist jetzt egal was zwischen 8 und 9 Uhr passiert dass man das vielleicht erst mal außen vor lässt und dann guckt na wie schlägt sich das xedra handel in der ersten stunde und sich dann einfach einfach den markt nimmt zur brust nimmt und sagt okay wir haben jetzt von 8 bis 10 so und so gehandelt sieht man eine umkehr ganz klar drinnen dann kann man davon ausgehen dass wir noch mal an die 14 9 80 zurückgehen 14 9 60 zurückgehen und eben auch in die 8 30 800 einlaufen sehen wir dass der einfach nur stabil hier oben zur seite rumtornt dann geht davon aus dass da 2 70 noch mal angelaufen wird und dann eben auch der erste schuss darüber kommt ja wer kann ich sogar nicht mitgeben man hat jetzt quasi doch ein bisschen fahrt und raus genommen aber hat schon noch eine hintertür offen war ja auch so besprochen 75 100 und dann schnell dynamisch runter aber das muss dann jetzt eben auch kommen sonst sind die punkte er von der wahrscheinlichkeit her auf der oberseite zum montag zu sehen ja gut dann wünsche euch was viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss